Applaus zum Schluss. Mein Willkommensgruß liegt unserer ehemaligen Kommissarin und Außenministerin Dr. Benito Ferenc-Walter, der Botschafterin aus Schweden, Annika Markovic, unserer ehemaligen Volksanwalt Dr. Peter Friedenbauer und der Familie Urmann-Stulmann. Ich begrüße herzlich meine Studiemitglieder, Prof. Rengstschläger, Dr. Leibniz-Mühlberger, Mag. Paul Beinreich und Prof. Dr. Kurt Mithalp. Ein ganz besonderes Willkommen darf meine Sponsoren sagen, an der Spitze, Vorsitzende der Klick-Förder-Gestiftung, Frau Mag. Eva Gunnar-Mischel von dem Garten. Herzlich Willkommen und danke, danke für Ihre Lust für die Gespende. Applaus